All diese Jürgen, all diese Grünen, sie kamen alle zurück. Ines Duval, Ines Duval, Ines Duval, Ines Duval und Klara Schneider, eine feine Dame. Ihr Kopf, mich an die Wahl! Oh, wie schön, du bist! Oh, wie schön, du bist! Mama, spiel mit mir! Mama, spiel mit mir! Was ist das? Spiel mit mir, spiel mit mir! Mama, spiel mit mir und ich mach' dich! Mama, was machst du da? Mama, was machst du da? Get back! Schau dich! Sie holen sich den Tod. Wir gehen jetzt nach Hause, ja? Nein! Ich will nicht nach Hause! Was hole ich denn da? Bitte! Bitte! Ruhigen Sie sich! Komm! Ziehen Sie Ihre Schuhe! Wird so... Wenn niemand da ist! Aber ich bin noch da. Lass mich hier bei den Sternen! Schau! Schau, wie schön Sie funkeln Ihnen! Lass mich hier bei den Sternen! Ja! Kaffee? Nein! Ich brauche eher einen Schnaps! Den brauchen nicht nur Sie, oder? Ich bin Ihre Mutter! Ich bin Ihre Mutter! Dann habe ich Sie schon auf andere Gedanken! Und jetzt ist es besser, wenn du gehst, Edith! Bevor dich jemand hier sieht! Nein, Martha! Bitte! Sie verstehen nicht! Ich muss... Ich muss Sie sehen! Bitte! Hört an! Glaub mir, Edith! Es ist besser, wenn du jetzt gehst! Du bist noch jung! Du hast dein Leben noch... Nein! Ich bin kein schlechter Mensch! Nein! Das war Unsinn! Denkst du, sie geht zur Polizei? Ich weiß es nicht! Vielleicht... Die Frage ist doch! Er không mal 88! Guck mal, dass ich wahre sein! Guck mal, lieber Gott! Guck mal, ich bin dran! Guck mal, dass du gar nicht wahre sein! Guck mal, schau ich jetzt mal! Guck mal, schau ich jetzt mal! Guck mal! Wer schön sein will, muss leiden! Wir haben Sie mich gefunden! Das spielt doch gar keine Rolle. Wo ist sie? Non. Ja, ja, ja. No, schön, alte Brieger. Oh, die Weile. Die Weile. Haben Sie französische Brüder? Ich selbst bin ja zu einem Viertel Briten, aber insgeheim habe ich mir mal gewünscht, Französin zu sein. Die Franzosen haben so einen hervorragenden Brüder und sind so freundlich zu allem und jedem. Wo ist 422.2 Afropalas? Oh, Prinzessin ist schon lange fort. Schon seit elf Jahren. Sie hat eine einflussreiche Dame kennengelernt. Mit sieben Jahren? Sie mochte sie gut leiden. Sie hat sie bei sich engagiert, weil sie so schön lächelte. Egal wie ihr zumute, wie auch so etwas. Gehabt. Und tatsächlich meldete sich eine Dame bei mir. Vom Zirkus. Ich habe alles dafür getan, damit sie mal über sich engagiert. Damit habe ich doch keinen Fehler begangen, nicht wahr? Ich wollte doch nur das Beste für das Kind. Wo warst du? Am Fluss. Und weiter? Nichts weiter. Ich war am Fluss. Ich brauchte frische Luft. Mach dich an die Arbeit. Ich habe all den Demütlungen, den des Vaters zu befreien. Einmal die Woche, für eine Stunde darf ich nach Hause. Dann sitze ich da und starre in den Himmel. Wie viele Farben hat ein Himmel? Wie viele Farben hat ein Leben? Sind wir unsere eigenen Male? Oder haben wir unsere Farben schon im Gebet? Wie viele Farben hat ein Leben? Wie viele Farben hat ein Leben?